Der elektronische Versand von Dokumenten gewinnt zunehmend an Bedeutung und beschleunigt Ihre Geschäftsprozesse. So können beispielsweise Eingangsrechnungen aus E-Mail-Anhängen automatisch in Ihr bevorzugtes Invoice Management System, wie zum Beispiel Sub-Invoice Management bei Open Text übergeben werden. Durch fehlende Transparenz kann es dabei allerdings immer wieder zu zeitintensiven Recherchearbeiten kommen. Wenn zum Beispiel 120 E-Mails mit PDF-Rechnungen im Posteingang eingehen und nur 117 Rechnungen im Invoice Management System ankommen, beginnt die Suche nach den drei fehlenden Rechnungen. Für volle Transparenz und einen besseren Überblick sorgt unser SAP-Add-on BeControlled. Dieses ist unabhängig vom verwendeten Invoice Management System einsetzbar. BeControlled bringt ein eigenes Customizing mit, indem beispielsweise E-Mail-Adressen für White- oder Blacklists oder als unerwünschter Spam konfiguriert werden können. Außerdem können mittels eines umfassenden Regeleiditors lieferantenspezifische Regeln problemlos eingerichtet werden. Damit kann das SAP-Add-on sowohl in Single- als auch in Multimails die verschiedenen E-Mail-Anhang-Formate wie zum Beispiel PDF oder XML erkennen und bestmöglich weiterverarbeiten. Auch das Handling weiterer Anhänge wie beispielsweise Excel ist so problemlos möglich. Ein weiterer Vorteil von BeControlled ist die Darstellung von Vorgangsinformationen in Echtzeit. Auf einen Blick ist der Bearbeitungsstatus abrufbar und Fehler sind erkennbar. Zudem ist BeControlled durch den Any-to-Any-Ansatz vielseitig einsetzbar. Denn nicht nur Rechnungen lassen sich auf diese Weise verarbeiten, sondern auch viele andere Eingangsdokumente wie Lieferscheine, Avisen oder Mahnungen können so automatisiert an Folgeprozesse übergeben werden.